hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren sommerloch kurz video wo ich euch auf ein altes video von mir hinweisen möchte traut euch bilder zu retuschieren das ist ein video was ich gemacht habe wo ich einfach mal an einer ganz banalen aufnahme einer holzwurzel im wald euch zeige dass es sinnvoll sein kann retusche zu machen auch bei so einem sogenannten naturbild denn die großen naturbild fotografen die machen das genauso da wird das ein oder andere ding einfach weg gestempelt weg retuschiert damit das bild einfach einen tick perfekter wird das mag nicht ganz real sein aber ganz ehrlich ein blatt an der falschen stelle eine streichholz schachtel die da irgendwo liegt müll zum beispiel den lässt man doch nicht im bild das macht man weg es sei denn es ist ja bild relevant in diesem sinne seht euch das video an wie immer unten in der info steht der link dann im abspann könnt ihr gleich hier klicken für die fernseher und in der infobox könnt ihr ebenso drauf klicken freut mich wenn ihr das kommentieren würde liken würde teilen würde es gibt nämlich viele leute die einfach mittlerweile zu faul sind zu retuschieren dabei ist das ziemlich einfach tschaui tschüss euer sven